live im stream leute nur für euch gibt ein like darauf gibt ein like für shiny kramurks ihr habt zwar schon einen aber trotzdem der erste shiny im stream shiny hype ich kann mich nicht zu laut freuen weil es dunkel und ich will die leute nicht stören aber shiny hype leute shiny kramurks der kriegt schon mal nicht der kriegt das wird ein stream highlight das wird auf jeden fall ein stream highlight schreibt unten er schreibt in den chat oder in die kommentare schreibt in die kommentare bei welcher minute wir uns befinden damit ich das später schnell rausfinden kann wäre nice wenn das eine macht jetzt will ich nicht zu lange labern sondern erst mal fangen scheine aber ist mein alter er fliegt einfach so aus goldener berge und hyper aus der bauer ich würde sagen ist aber mein zweiter also ich würde mich natürlich noch krasser freuen wenn es mein erster wäre vielleicht hat er ja relativ gute wie also wenn er hunderte ist dann würde ich anfangen zu schreien aber ansonsten ansonsten sonst ist er richtig richtig schlecht ungefähr bei 16 30 dank leute